Ich finde diesen Beruf umwerfend. Mein Name ist Georg Rade, ich bin gerne Makler von Büro, weil wir eine vielseitige Tätigkeit haben. Wir sind Architekten, wir sind Psychologen, wir sind Bausachverständige, wir sind Steuerberater, wir sind Finanzberater, wir sind natürlich die Immobilienexperten und es macht unwahrscheinlich viel Spaß, unsere Kunden mit auf diese Reise zu nehmen, mit auf diesen Weg zu nehmen und erfolgreich zum Abschluss zu führen.